. Also warte auf seinen Schlag. Genau. Ja, genau. Warte direkt. Und wenn er nichts tut, dann sucht. Dann kommst du lockerer nach, damit kannst du auch mit dir seine Ressourcen drehen. Genau, provozier deinen Schlag. Jetzt! Genau, low-geing Abschluss. Brake, rein! Und du! Genau! Drücken! Das ist perfekt! Arbeit und klammern! Arbeit und klammern! Das ist gut! Nicht umpennen! Du brauchst weiter den Druck auf! Du hast nur drei Kunden, das ist nicht weiter! Und du! Auch von der Rippe aus dem Druck auf! Genau! Beide in den Hicks! Brake! Aha! Nicht drücken da oben! Und weiter! Brake, rein! Brake! Warum? Ja, Brake ist kein los! Ein Schritt zurück! Brake heißt gut! Und danach geht's weiter! Ja, die sind gut! Das sind die Knie! Und dann geht's weiter! Weiß noch was im Liebensherr! Meiß noch was im Liebensherr! Meiß noch was im Liebensherr! Der Knie ist der Knie. Der Knie ist der Knie! Gleich schmeißen! Mach bei sowas lieber für den Knie! Wenn du ein Klinch bist, zieh lieber das Knie. Spannst du den! Guck! Brake! Lass dich nicht klingeln, aber ich bin mit dem Deutschen schnell. Break! Break! Fight!